Hi Leute, ich habe heute ein paar Tipps für euch, wie ihr vielleicht eure Directions länger haltbar machen könnt. Also, dass sie sich nicht ganz so schnell auswaschen. Falls euch interessiert, wie ihr Directions schneller auswaschen könnt, beziehungsweise welche Shampoos dafür gut sind und ich dafür sehr, sehr gerne benutze, verlinke ich euch hier gerne das Video, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Ist schon ein sehr altes Video, aber die Shampoos benutze ich auch heute noch. Und ja, ich persönlich bin ja jemand, der Directions, ich liebe Directions, ich finde das so toll, es gibt so viele tolle Farben und so weiter und so fort. Aber ich bin niemand, der die Haarfarbe alle sechs Wochen oder so wechselt. Also ich habe zum Beispiel das Grün-Türkis, habe ich jetzt schon ein, zwei Jahre oder sowas gehabt. Und jetzt habe ich halt dieses Lila ins Blau und dann ins Grün gehende. Sieht man jetzt nicht komplett, weil ich die zwei Dudis hier habe. Aber ich versuche natürlich nicht ganz so oft nachtönen zu müssen und immer nur dann, wenn ich halt meinen Ansatz nachblondiere. Und deswegen versuche ich natürlich, die Directions dann so lange in meinem Haar zu halten wie möglich. Deswegen, ich denke mir, ich bin nicht die Einzige, die länger eine bunte Farbe hat und auch versuchen möchte, die länger im Haar zu behalten, ohne so oft nachtönen zu müssen. Deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht nicht schlecht, euch so meine Tipps zu sagen, wie ich das eben schaffe, meistens nur alle vier bis sechs Wochen nachtönen zu müssen. Wenn überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Grün-Blau-Ton, da musste ich das nicht mal da so oft machen. Also von daher, es kommt immer so drauf an, welche Farben das Lila zum Beispiel, das wäscht sich viel, viel schneller raus, finde ich zum Beispiel. Lila-Pink-Rot-Töne waschen sich bei mir viel, viel schneller raus als Blau-Grün-Töne. Das ist natürlich auch ein Faktor. Aber generell gibt es so ein paar Sachen, die ich mache, die meine Haare halt, wie soll ich sagen, die Farbe halt länger halten lässt. Also ich würde sagen, legen wir los. Das Erste ist relativ offensichtlich, einfach nicht so oft die Haare waschen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der jeden Tag die Haare wäscht, jeden zweiten Tag und so weiter und so fort, da wird man nur wenig machen können, dass man nicht ganz so oft nachtönen muss. Also ich persönlich wasche meine Haare nur ein bis zwei Mal die Woche, je nachdem, ob ich schwitze, ob ich Sport gemacht habe, was auch immer. Auf jeden Fall ein bis zwei Mal die Woche. Und das ist natürlich schon ein Riesenfaktor, dass ich die Haarfarbe nicht so schnell auswäsche, logischerweise. Was ich persönlich aber ja mache, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr mich schon näher verfolgt, ich mache No Poo. Also das heißt, ich wasche meine Haare hauptsächlich nur mit Spülung. Was auch sehr, sehr gut hilft, weil Spülung, ich denke, jeder der Directions tut, weiß das, eigentlich so gut wie gar nicht rauswäscht. Ich mache das mittlerweile so, dass ich alle drei Wochen ungefähr meine Haare mit Shampoo wasche und die anderen Male dann jeweils nur mit Spülung. Ich benutze immer diese Spülung dazu. Die ist meiner Meinung nach bisher zumindest die einzigste, die für das No Poo wirklich am allerallerbesten funktioniert. Alle anderen sind eher so meh dafür geeignet. Aber die hier funktioniert für meine Haare zumindest perfekt. Macht meine Haare trotzdem schön sauber. Also sie sehen nicht fettig aus oder sonstiges. Von daher, ich bin da sehr zufrieden mit, wenn ich die Haare damit gewaschen habe. Und zwar ist das die Altera Feuchtigkeitsspülung für trockenes und strapaziertes Haar. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die funktioniert für mich sehr, sehr gut fürs Co-Washing, No Poo. Also das heißt, nur mit Spülung waschen. Und das ist ein so riesen Faktor. Also wenn ich das nicht machen würde, dass ich halt nicht jedes Mal meine Haare mit Shampoo wasche, sondern eben hauptsächlich nur mit Spülung wasche, müsste ich die definitiv öfters nachtönen. Also das ist so ein riesen Faktor. Ich weiß aber, dass das nicht für jedermann etwas ist. Für manche funktioniert das halt auch gar nicht. Die haben das Gefühl, wenn sie das nur mit Spülung waschen, dass die Haare nicht richtig sauber werden und dass die trotzdem fettig ausschauen und so weiter. Deswegen würde ich euch empfehlen, ein Shampoo zu nehmen, was keine Sodium Lauret zur Fahrte hat. Also das heißt, diese typischen Shampoos, die man halt eigentlich benutzt, um Directions auszuwaschen, diese ganzen Antischuppen-Shampoos und so weiter, das hat halt diese ganzen harschen Tenside drin, diese Sodium Lauret, Sodium Lauret-Sulfate und so weiter. Und die waschen halt die Directions viel, viel schneller aus. Deswegen benutze ich gerne solche Naturkosmetik-Shampoos. Meins ist hier auch von Altera, das Koffein-Shampoo. Hier ist nämlich statt Sodium Lauret-Sulfat drin oder sowas ist hier Sodium Kokosulfate drin. Und ich finde, das gibt wirklich, also ist ein deutlicher Unterschied. Wenn ich jetzt diese Shampoos hier benutze, statt jetzt irgendwie diesen normalen Shampoos mit den Sodium Lauret-Sulfaten, das ist ein Riesenunterschied. Also die waschen viel, viel weniger Directions raus als die anderen. Also ich kann das sehr empfehlen. Und was noch sehr empfehlenswert ist, wenn ihr nicht so viel Shampoo benutzt, nehmt euch vielleicht eine kleine Flasche, macht ein bisschen Shampoo da rein, füllt den Rest mit Wasser auf und schüttelt das dann. Und da braucht man viel, viel weniger Shampoo. Und ich habe auch das Gefühl, das hilft eben auch, dass die Directions sich nicht so schnell rauswaschen lassen oder sich nicht so schnell rauswaschen werden, sagen wir mal so. Weil man halt nicht ganz so viel Produkt verwendet, nicht ganz so viel Shampoo überall und die Haare werden trotzdem sauber. Also ich würde das sogar noch verdünnen. Und das ist wirklich ein super Tipp. Was natürlich immer sinnvoll ist, aber ich finde, dass es halt nur wirklich gut machbar, wenn man halt eine Farbe hat oder vielleicht Haarfarf, also auf der Seite Pink, auf der Seite Lila oder sowas, wenn man ein bisschen der Directions Farbe, die man halt gerade auf dem Kopf hat, in eine Kur zum Beispiel reinmacht und dann immer beim Duschen oder sowas ein bisschen die Kur einwirken lässt, also ein kleines bisschen zum Beispiel von Flamingo Pink oder was, wenn man das gerade im Haar hat, in die Kur mit reinmischen und dann einfach ganz normal auftragen. Das frischt die Farbe immer so ein kleines bisschen auf. Ist natürlich nicht jetzt wie, als wenn man es jetzt voll tönt, aber es frischt die Farbe ein bisschen auf und dadurch wäscht sich das bei Weitem nicht so schnell aus, weil man halt jedes Mal, wenn man das macht, die Farbe ein kleines bisschen auffrischt. Und ich finde das sehr sinnvoll. Man verbraucht nicht viel Produkt. Von den Directions meine ich jetzt, weil man ja nur ein kleines bisschen in die Kur mit reinmacht. Man will auch nicht zu viel reinmachen. Aber ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Ich habe das auch schon ausprobiert und das funktioniert wirklich gut, um die Farbe halt länger halten zu lassen. Dann ist auch noch ein Punkt, nicht so viel Hitzeprodukte benutzen. Also Glätteisen, Lockenstab und solche Sachen. Denn oftmals verblassen auch da die Directions schneller. Also zumindest aus meiner Erfahrung raus. Ich mittlerweile benutze halt überhaupt gar keine Glätteisen mehr. Ich föhne meine Haare nicht oder sonstiges. Aber vor zwei, drei Jahren habe ich noch öfters Glätteisen und solche Sachen benutzt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das deutlich mehr dann verblasst ist oder deutlich schneller verblasst ist, wie jetzt, wo ich diese Produkte eben nicht mehr benutze. Also diese Hitzeutensilien. Das ist natürlich für manche nicht machbar, weil sie sagen, dann sehen meine Haare total furchtbar aus. Ich muss da irgendwie ein Hitzeprodukt benutzen. Ich sage immer Hitzeprodukt. Aber ihr wisst, was ich bei einem Hitzeutensil, einem Gerät, wie auch immer benutzt vielleicht. Ich weiß nicht, ob das da hilft. Aber ich denke mal, ein Hitzeschutz kann nicht schaden. Würde ich auf jeden Fall machen. Aber wenn ihr drauf verzichten könnt, würde ich das machen. Das ist nicht nur aus meiner Erfahrung raus. Ich habe das schon von vielen anderen YouTubern und so gehört, dass gerade wenn man oft Glätteisen benutzt, gerade beim Glätteisen oder diese Lockenstab und sowas, da kommt halt so viel Hitze an die Haare, dass dadurch die Haarfarbe wirklich deutlich schneller verblasst. Also wenn es möglich ist, verzichtet auf Glätteisen, Lockenstab und Co. Das waren so die Sachen, worauf ich achte. Was ich mache, um meine Directions lange halten zu lassen, dass die halt nicht so schnell sich rauswaschen lassen und so weiter und so fort. Es gibt bestimmt noch reichlich mehr Tipps. Wenn ihr welche habt, die ich hier nicht genannt habe, dann bitte ab in die Kommentare damit. Das ist immer hilfreich. Ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn die Community sich gegenseitig Tipps gibt. Aber das sind tatsächlich die Sachen, die ich mache, um meine Directions länger halten zu lassen. Ich wiederhole mich hier. Das war ein so kleines Video, um ein paar Tipps weiterzugeben. Vielleicht wusstet ihr ein paar Sachen davon nicht, wie man die Directions länger halten lassen kann. Vielleicht wusstet ihr schon ein paar. Wie gesagt, wenn ihr noch andere Tipps habt, ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!